hallo leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge von ets jo das war der falsche das ist der richtige genau wir sitzen jetzt in kiel ich habe gerade schon schönen auftrag angenommen also schön ist relativ aber auftrag und zwar fahren wir gleisketten elf tonnen heute erst mal von kiel nach hamburg und dann schauen wir mal weiter wo komme ich denn hier raus das so die tour für heute mal schauen wie lang es geht also und vielleicht machen wir noch eine zweite tour im anschluss ja müssen wir mal gucken das ding machen wir mal aus dann fahren wir wieder nach karte so der plan muss eigentlich links oder rechts rum so kann ich aussuchen er wird mich über landstraße und dann auf die 1 schicken können aber auch außen rum fahren ich glaube wir fahren aber echt so wie er es will also wäre es jetzt links und dann immer geradeaus dann wieder links machen wir so zamburg ist nicht weit sind wir schnell gewesen und jo und das sind diese gleisketten ok jetzt muss ich rechts oder wie war das ja rechts und danach nochmal links sobald wir aus der stadt sind aber kriegen wir wo hin klinge mal ausgemacht sehr gut und so ansichtbar richtig machen und jo ja ich bin auch in realität gerade müde ich hatte nämlich nachtschicht und jo deswegen das ist so eine sache für sich also wenn ich wegdösen sollte kommt das vor aber schauen so nach vorne ist die polente und jo mal gucken was heute so alles einfach sein wird muss ich nach der rechts guckung ist wir gleich mal links das heißt jetzt hier mal vorsichtig schon mal rüber so schulterblick brauchen wir nicht wenn man weiß was hinter einem ist sagt man immer so und trotzdem fährt man irgendwelche autos zwischendurch das kommt manchmal vor so weiß auch nicht wie spät wir jetzt gerade haben das einzige was ich erkennen kann ist dass wir glaube ich fünf grad haben ne 18 grad 23 uhr ok so und daran denken bevor ich raus gucke in zukunft am fenster vorher runter machen aber ist ok dann fahren wir jetzt erstmal eine runde landstraße so aber schön auch die reflektionen ne muss man schon sagen vielleicht sollte ich mir echt mal ein lenker zu legen ich weiß nicht ja haben wir überholt alles klar auch leben am limit hier ey der hat jetzt nicht ernsthaft bei der unfallstelle angefangen zu überholen alter schwede so hart muss er erstmal drauf sein so hart muss er erstmal drauf sein erst mal fahren und joa so ja ok ich glaube jetzt ein screenshot davon machen bringt eigentlich auch nicht so das war ein frontal crash aber es sah gut aus interessant ist auch wenn man den ich gebe nicht gas das macht jetzt gerade wirklich und juckt den ja nicht achtung lkw kaputt ja so aber gut dann haben wir nur einmal eben geregelt sollte auch egal sein wie weit müssen wir überhaupt ah gleich die nächste links ok ok danke ah so schlimm ist er jetzt auch nicht kaputt so jetzt müsst ihr was passendes haben aber ich glaube hier ist echt bescheiden vielleicht gehen wir nachher noch schon mal im frühen morgen was passendes mal gucken so jetzt fahren wir auf die autobahn mit unserer schrotten büchse ich sehe nix ich hoffe das ist keine insel oder so na das scheint gut zu gehen und joa ach so wir brauchen gar nicht rechts ok dann nicht so jetzt muss ich nochmal zack aber erstmal geradeaus nachher und rechts runter alles klar komm geh an danke ganz geschmeidig ach joa so ist da vorne wieder ein unfall ah ne gegen v nebenfahrbahn glück gehabt der trifft uns so gesehen nicht aber der ist einfach nur in der Hand gehalten worden also alles gut gut joa soo und tut's hier noch was oder nicht soo und tut's hier noch was oder nicht ach hier wollen wir nicht wir wollen geradeaus ach ja so sorry wenn ich jetzt so gesprich gesprichs natal bin bin ich wirklich hundemüde gerade also passt sogar von der Uhrzeit her wir haben ein uhr und joa ist schon ne gute sache so also gute sache ist relativ ne aber boah boah bin ich jetzt hier wirklich verallt wie das ist ja haha wer kommt eigentlich auf die dumme idee nachtfahrten zu machen na also sind wir schon in hamburg muss ich jetzt die nächste runter ja ach ja oh da müssen wir ne jetzt schaffen wir nicht wo ich jetzt ausgebremst ne es geht es geht es geht achso hab ich eigentlich hier auch so ne paar Lava äh ja haben wir vergessen kommt vor schöne rundum leuchten und jetzt nicht hier abschmieren so so was steht denn da auf dem Schild Magdeburg Hamburg links und dann wo müssen wir denn hin Transinet ja also am ende wieder links ok so danke auto habt ihr auch lieb klingt ja sehr gesund na warte mal jetzt haben wir aber mein gott so jetzt haben wir auch ein schönes Thumbnail gut damit ist das Thema auch durch so so und was dachte ich jetzt am Ende rechts genau und dann erstmal durch ey werden wir jetzt schnell wieder rot kriegen ne bitte nicht bitte nicht bitte nicht danke sehr schön so so haben wir das auch haben wir das auch und am Ende Richtung Transinet müsste also am Ende so also am Ende links ist das eine Fußgängerampel ne so jetzt haben wir mal in Luft also geradeaus am Ende links können aber auch die erste links seh ich hier überhaupt eine Ampel irgendwo nö gut gut ich vertraue dem einfach mal dass er nicht über rot fährt dann passt das schon so stimmt wir haben rote Schatten hier ne naja gut so keine Fußgänger kann gar nix das ist schon mal sehr schön und am Ende rennen wir mal jetzt rechts ne das kriegen wir hin also hier jetzt rechts so ja war ein bisschen der Bordstein passt schon jetzt fahren wir über den Hafenbecken wahrscheinlich so dann muss ich jetzt wieder rechts so 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 und dann natürlich an die Laderampe so also an die da ich weiß jetzt auch nicht wo die dämliche Rampe hin ist oh Gott das kann ja was geben ich hoffe ich peile das gerade einigermaßen vernünftig an kann das überhaupt was werden gerade könnte wirklich was werden das ist schon mal gut so da ist irgendwo boah ey jetzt musst du über diesen kleinen Spiegel ich hoffe da steht nix anderes ich glaube das könnte was werden wa kriegen wir das hin äh falsche Richtung falsche Richtung wir kommen jetzt nicht hier vor die Wand oh Gott da war ein Satz mit x da war ja voll der Satz mit x da war ja voll der Satz mit x na jetzt kann ich den aber hier sehen oh mein Gott jetzt kann ich auf jeden Fall sehe ich das alles wo ich hin will so kann man arbeiten naja fast aber wir lernen das noch wir lernen das noch wir lernen das noch ich will das irgendwann können deswegen ihr habt ja genossen Zeit na so gut Kiste ist geparkt damit haben wir unseren ersten Auftrag fertig für heute hat immer eine vier Stunde gedauert aber ist okay fortfahren wir sitzen jetzt in Hamburg ne das heißt Auftragsangebot Hamburg so wo können wir denn hin nach Osnabrück können wir wieder zurück nach Rostock Osnabrück Rostock, Bremen Kiel, Kiel, Kiel oder entweder Osnabrück da waren wir auch schon ich würde sagen fahren wir mal nach Rostock da können wir die Karte so ein bisschen freischalten ähm ich werde mich gleich mal einen richtigen anstellen und hier die Menümusik rausnehmen aber ok so jetzt haben wir einen DAF am Start oder am Hoch sieht dann in dem Fall so aus von Transinet so zack gut wo müssen wir hin ah na wir haben wir das ist schonmal schön ok alter du warst aber auch recht im toten Winkel halb ne ah Junge so jetzt aber wen habe ich denn jetzt ge- mein Gott du hast doch gesehen dass ich halb auf Kreuzach stehe dumme dummes Kerlchen du dummes Kerlchen du ja haben wir ein Schild rasiert wahrscheinlich hm kommt vor boah auch von innen finde ich DAF eigentlich am schönsten wa also von den neun neun LKWs aber wir müssen mal gucken was wir uns da bald gönnen boah ich werde echt unnachsam gerade ich hoffe wir können uns wirklich einen vernünftigen LKW kaufen bald mal aber erstmal brauchen wir halt ein bisschen überhaupt ein bisschen Geld auf Sack ne und wenn wir uns halt so ne alte Karre ne uralte Karre holen da steht egal so aber immerhin hat das Ding jetzt hier ein Navi das ist ja schon mal schön so wie sieht das denn hinten aus? Stuttgarter Nummer mhm und vorne haben wir eine Stadt Bremen drauf auch gut da fährt die Polente in dem Fall Bundespolizei so wir müssen erstmal zur Autobahn na genau Falscher oh die Bremsen sind aber gut haben wir da jetzt nicht gerechnet aber gut so kein Fußgänger alles wunderbar alles wunderbar alles wunderbar hat auch keiner nach ne so dann fahren wir jetzt wieder auf die Autobahn hoch Richtung Lübeck ach du Schreck auf nach Lübeck auf nach Lübeck so und auf hier gehts so 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 So. Und wieder eine Runde. Um den Pudding. So. Ach ja. Also schöne Nachtfahrt heute. Dann ist doch auch mal was Schönes, ne? Haben wir ja sonst auch eher seltener. Drei Uhr wird also auch gleich schon wieder hell. 20 Minuten sind zwei Stunden. Ungefähr. Ne, passt aber nicht. Oder? Ich glaube 24 Minuten ein Tag. Ne, passt auch nicht. Na, wir werden es sehen. Aber ich denke mal, wenn wir so um 5. dann da sind, wo wir ihn wollen. Ah, Put Garden. So. Na ja. Dann fangen wir die nächste wieder runter. Ja, und so allmählich wird es auch hell. Hey, das ist 100. Das muss passen. Also für Autos, ne? Aber Leben am Limit. So, da hinten ist Polente. Mit Rotlicht? Wieso hat der rotes Licht drauf? Oder steht da einfach nur bitte Folgen drauf? Ich weiß es nicht. Wie sagt der Rot? Hm. Kommischer Krankenwagen. Sorry. Gaffen muss sein. Also, im Spiel echt nicht. Ah ja. So. Dann geht es jetzt weiter bis nach... Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, aber... Ist okay. Wundert auch, dass der hier nicht sagt... ...hat dieses kleine Mininavi leider keine Kilometer gearbeitet oder so, ne? Schade. Aber gut, was will man machen, ne? Mal gucken, jetzt wird es hell. Na, Kollege, komm, fahr doch einfach vorbei. So. Jetzt fahren wir der Sonne entgegen. Ach, ja. Ein Sekundenschlaf ist da, auch wird hell. Jetzt kommt auch noch Regen am Start. Eiei. Wurde es mich jetzt überholen oder nicht? Ja, komm, fahr! Ah. Na, dann nicht. Wo war das Satz denn jetzt für eine Prü? Alter Schwede. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, ich muss hier eh runter. Öp. Da ist jetzt keiner. Ne. So. So. Und dann ab. Richtung Rostock-West. Dann sind wir schon quasi fast am Ende unserer Reise angekommen. Ist auch gut so. Ah, halbe Stunde müssen wir noch danach. Gute halbe Stunde. Bisschen weniger. Hier ist 80. Aha. So. Ah, jetzt muss man denen sagen, ne? Die Regeneffekte, ich glaube, die habe ich aber schon mal erwähnt, sind hier auf jeden Fall schöner als ein TSW. Ah, ja. Ah, ja. Ist keiner. Wunderbar. Wunderbar. So. Da ist immer ein Rostock. Ein paar 50. Ich habe einen Renault-Händler entdeckt. Ja. Na, wie gesagt, rechts rum. Also fangen wir rechts rum. Einfaches Prinzip. So. Jetzt nicht in den Zaun festfahren. Sehr schön. Glück gehabt. So. Ich kann jetzt mal aufhören zu regnen. Ich will gleich trocken an die Laderampe fahren. Aber, gut. Sieht nicht danach aus. Sieht danach aus, als würden wir gleich wirklich im Regen da rückwärts einparken dürfen. Bei Transinet. Oder wo wir auch immer hingeschickt werden. So. So. Gut. So. Ziel erreicht. Ach, wieder da. Okay. Hä? Wollte ich was sagen. Jetzt ist die Frage. Wo müssen wir upt hin mit dem Ding? Ah, ja, 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 Jonas, 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 was brauchst du denn da für Müll? Hier, zurecht, ey. Katastrophe. So. Also nochmal. Du fährst mir jetzt hier nicht in die Seite rein, Kollege. Du siehst, dass ich hier am Regieren bin. Boah. Ich habe da aber auch. So. Ach, der hat denn mit Lenken eine Achse. So einer sind wir. Okay. Ich hoffe, wir kommen rum mit dem Ding. Ich glaube, das wird nix. Ich glaube, der knallt gleich. Okay. Oder? Wird das was oder wird das nix? Boah, das wird wieder nix. Ey, wie machen die dat? So ganz gechillt locker eben da rein. Ich treffe das Loch da einfach so gar nicht. So, jetzt muss ich auf jeden Fall rum. Zack. Und jetzt muss ich den da sehen. Und jetzt muss ich beilenken. Alter Schwede. Also Wut ab an jeden LKW-Fahrer, der so wirklich aus dem FF auf Anliebchen kriegt. Ey, Katastrophe. Ich meine, das ist nur Übungssache, ne? Alles klar. So. Fertig. Ah, das ist echt übel. So. Ausgezeichnet. Die Ergebnisse jetzt anzeigen. Sehr schön. Fertig. So. Erstmal wichtigste ADR. Damit wir ja auch wirklich gutes Geld verdienen können. Oh, ich hab 2,75. Grundüberziehung ausgeglichen. Und so, jetzt ist die Frage, was sagt denn meine Bank? Gut, ich hab keinen Kredit. Ungenutzter Kreditrahmen. Oh, den haben sie jetzt auch noch reduziert. Danke. So, was sagt die Option? Audio. Erstmal hier, Menü Musik aus. Audio Lautstärke. Musik Lautstärke. Nein, Menü Musik. Zack. Die können wir auf Normal schließen. Warte mal, das Ding hat eine Sprache. Moment, was haben wir denn noch so? Audio. Moment, da muss ich mal eben reingucken. Navi Sprache. Wollen wir mal aktivieren. Deutsch Helga. Geil. Wir sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Boah, der gibt mir jetzt ja schon einen Sack. Haben wir nicht irgendwie was Holländisches oder so? Äh, ähm, E. Hm. Äh, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ne. Was ist viel Portugiesisch? Was können wir denn hier machen? Signal. Kann ich das? Boah, lassen wir mal Helga laufen. Helga ist doch mal auch ein interessantes. Voice Cover. Roger Piepen. Eingehende Roger Piep-Ton auch so. Ne. Weiter Audio. Rückfahrt war ein Ton. Rüttelstreifen, ja. Geräusche von fließender Luft, ja. Tonaufschirm, das viel minimiert ist, ja. Audio Driver. Ja. Okay. Also wir haben ein Navi mit Stimme jetzt. Das ist doch schon mal gut. Dann sagen wir mal schließen. Was kann ich denn noch so einstellen? Gameplay. Zuf... Aha. Zufälliges, desto benutzerlich aus. Keine Ahnung. Müdigkeit, Bußgelder. Vorzug, Auftrag, Länge, Mittel. Zeige, PKW, nicht anzeigen. Aha. Gut Advisor, umsichtbar halten. Norden fixiert. Navi anzeigen. Auf Welt und nur Auftragskarte. Welt und Auftragskarte. Aha. Navigationsmodus. Beste Nebenstraßen. Kürzeste. Kann man einstellen? Ach, ich kann auch Nebenstraßen. Wir machen auch mal Nebenstraßen. Schwierigkeit. Nehmen wir immer... Parken für Geübte. Zufällige Straßenerwecknisse. Lassen wir mal. Umleitung lassen wir mal. Zeitzonen. Nur Zeit. Alle Infos. Filmsequenzen. Ja. Maus umkehren. Nein. Getriebeart. Okay. Intelligente Sekunderschaltung. Ne, machen wir erstmal nicht. Reichweite Lenker. Stärke Bremsen. Drehmomentantriebswelle. Aussatz für erfahrene. Darstellung Aufliegerleitung. Vor der eigenen Auflieger. Eigene Auflieger und vor der Reihe. Ihr auf. Aufliegerleitung. Machen wir alles, ne? Geschwindigheizbegrenze aktivieren. Regensensor. Automatische Retarder. Motorbremse. Automatische Zündung. Feststellbremse anziehen. Liftautomate. Simulation. Zones Druckluftbremssystem. Ja. Realistischer Treibstoffverbrauch. Ja. Tempomat-Schrittgröße. Ja. Zwertete. Automatische Blinkerabschaltung. Bewegliche Kabinen. Zuhörer. Kamera. Okay. Sprache Deutsch. Vorschau. Region. Kontinentale. Okay. Namen. Aufkarte. Aufeinandersprache. Euro. 24 Stunden Zählung. Lenkheit Kilometer. Kilogramm Tonnen. Celsius. Liter. Verbrauchsanheiten. Standard. Chat. Mhm. Namen. Schulte aktivieren. Schnell Antworten anpassen. Aha. Okay. Oh, dann haben wir noch so eine Einstellung hier. Sorry, dass ich da jetzt so reingucke, aber finde ich jetzt mal echt interessant. Controller, ist klar. Das hatten wir ja schon. Tasten, Knöpfe. Aha. Standard erfassen. Da machen wir erstmal nix. Grafik. Ultra, Skalierung. Hoch, hoch, Ultra. Ja, das sollte alles okay sein. So. Damit sollten wir jetzt alles noch richtig haben. Wir sind jetzt gelandet in Rostock. Ne? Das heißt, wir machen jetzt noch eine Tour von Rostock aus. Die kriegen wir auch noch unter. Kopenhagen. Dann hatten wir noch Osnabrück. Oh, ne Quatsch. Wir wollten ja von Rostock aus gucken. Oder fahren wir nach Schweden. Ich würde sagen, wir fahren nach Kopenhagen. Gut. Dann lagen wir jetzt in Kopenhagen. Das ist dann noch die letzte Tour für heute. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, gebt dem Ganzen mal einen Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, was jetzt so diese paar Einstellungsänderungen bewirken werden. So. Ai, ai, ai. Ich glaube, die Truller mache ich gleich wieder aus. So. Licht an. Mal gucken, ob die mir auf den Senkel geht oder nicht, die Frau. Wenn sie mir auf den Sack geht, machen wir gleich wieder aus. Kann man auch für das Spiel... Sie geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich meine, in echt fahre ich auch mal ohne Stimme. Deswegen... Ich glaube, die mache ich gleich wieder aus, die Truller. Aber mal schauen. Cool wäre es, wenn man Warnungen aktiviert lassen könnte, aber... ...den Truller nicht spricht, sondern wenn man einfach nur ein Piepen kommt, in dem Fall. Hey, jo. Jetzt fahren wir eine Runde Gigaliner. So. Freutlich. Hätte ja wenigstens ein bisschen freutig sein können, die Damen, und mich wenigstens ziezen oder so. Ne? Aber ist okay. Wann eben nicht. Wann hängen wir jetzt eigentlich mit dem Wagen? Oh, das geht aber. So. Licht ist aber an, ja. So. 20 Jahre später, bis wir unsere V-Max erreicht haben. Gut. Na, aber ich finde es. Ah, ein Alfa Romeo. Ah, ein Alfa Romeo. Okay Dann müssen wir jetzt hier runter Hätte ich drüber mir auch eher sagen können Ah ja genau, wir haben auch umgestellt Wir fahren jetzt viele Schleichwege neben Straßen und so was natürlich hervorragend ist aber egal So Dann kriegen wir hier auch mal grün. Danke. So. Dann biegen wir wieder links ab. Getsatel Trelleborg. Wo müssen wir überhaupt hinten gleich mit dem Ding? Ich bin mal gespannt. Wo müssen wir denn mit der... demnichten? Ah, mit der Fähre hin. Zu welcher hin? Ach, Trelleborg. Okay. Gehen links rechts ab. So. Wiege nach rechts ab. So. Kriegen wir hin. Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn wir wieder Mods installiert haben. Und dann die ganzen Dinge offen sind. Weil ich mich wieder zehnmal verfahre. Ähm. Aber es kommt noch. Nicht heute, aber... Das wird auch noch wieder kommen. Sobald wir die Gädenkohle zusammen... Okay, lass uns eine neue Route finden. Alles klar. Also auf jeden Fall... Trelleborg. Getsatel. Ich will doch nach Kopenhagen. Okay. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Alles klar, Navi. Wie schickt der mich denn nach Kopenhagen? Macht ja gar keinen Sinn. Das macht jetzt ja absolut gar keinen Sinn. Erster Aufenthalt in Trelleborg. Wie schickt der mich denn? Aha. Und dann sammelt er mich über die Autobahn. Okay. Na ja, wenn das schneller ist, dann ist das schneller, ne? Na ja, warte mal. So. Na komm, fahr. Danke. Mhm. So, dann rechts. So. 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 Dann fahren wir jetzt nach Kopenhagen Also jetzt ist es cool, aber gleich Und wenn wir mal diesen Berg hochkommen Jo Danke So So Nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen Oh, doch was flott jetzt gerade, ne? Ja Ah ja, gut So Das soll jetzt echt für die Fähre schneller gewesen sein, als wenn wir den Autobahn genommen hätten Hm, ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Warte, ich hab mal er dann. Ah, den war's. Okay Bist du doof oder so? Ah, das Fenster ist schon runter, zack. Ach, so, heute gibt es auch noch, einen Foto-Modus haben wir auch. Cool, gut zu wissen. Was piepten hier? Hm, keine Ahnung. Der warnt jetzt, was haben wir denn jetzt? Alter, Junge. So, wir haben ein Flugzeug gerade. Auch gut. So. 30 Jahre später. 40 Jahre später. Und jetzt sind wir in Dänemark. Keine Zollkuss. Ach guck, wir müssen erst durch den Tunnel, ne? Mhm. Ach, dann warnt er mich davor, ich zu schnell bin. Warte, was ist das denn jetzt? Wieso spielt der jetzt Musik? Hat er radioaktiviert oder was? Nö. Wieso läuft hier Musik? Ich will hier keine Musik haben. So, erstmal Audio. Also, ich möchte erstmal die dämliche Musik. Musik. Weg. So, das hat eine. Andere ist diese komische Navitusse. Wo war sie denn? Helga, mach mal wieder aus. Danke. Ah, ich hab ja einen Brams aktiert. Okay. Okay. Aber jetzt schallt. Im Tunnel, interessant. So, wir machen mal ein Fenster hier nochmal zu. Hier drüber, ne? Ja. Genau. Also, Fenster öffnen, schließen. Müsst ihr extra die Tasten für belegen. Geht aber. Kopenhaven. Kopenhagen. Na joa. Alles klar Kann ich mir gar nicht vorstellen Was hat er denn mit dem Ding überhaupt Scheint zu passen Wunderbar Ihr lasst mich echt durch Okay, wenn ihr mich durchlasst Sehr freundliche Menschen Vielen Dank Also manchmal ist das schön So nette Menschen zu haben So dann sind wir jetzt in Kopenhagen Gehen wir nochmal links ab Dort gibt es irgendwas zum Einzelnen Ach das ist alles Kopenhagen Egal ob man gerade außer links fährt So Höflich So hat gepasst Wunderbar Dann nochmal links Und dann sind wir am Ziel unserer Reise angekommen Dann gehe ich Bubu machen So Jetzt hier wieder abbiegen So Lass mich jetzt beide durch Danke Aber echt sehr freundliche Menschen hier in Dänemark Muss man schon sagen So nicht normal Also kenne ich jetzt bei uns nicht Ob man durchgelassen wird Fotoclips Okay Ach das ist ja auch sehr freundliche Menschen hier in Dänemark ob man direkt davor schieben muss den zu finden hat er den jetzt entdeckt oder nicht komplette statusmeldung also die ist jetzt anscheinend komplett weg keine ahnung also haben wir jetzt frei gescheitert also die die man braucht das ist eigentlich wurscht also jetzt rechts hier halten hey du hast gesehen dass ich raus ziehe ich habe wieder ein paar umsonnen gezogen ich weiß nicht was das heißt keine ahnung ist auch egal ob es da jetzt in wen parken gut ist so das würde ich anfahren wieso willst du jetzt nicht fahren was habe ich denn jetzt aktiviert hier wie mache ich das komische läppchen da wieder aus geringer luftdruck luftdruck im bremssystem niedrig bei den laufenden motor warten bis sich der luftdruck im system aufgebaut hat und wie baue ich denn wieder auf ja ok er ist tiefer gelegt wie kann ich denn jetzt hier so ok das vergiss das mal wie mache ich das denn jetzt hier so 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 okay so 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 früher ich habe keinem lassen schon kann ich noch irgendwelche machen wieso verliere ich luftdruck was kann ich dagegen machen habe keinem lassen schon mal so erstmal wieder die einstellung rausnehmen geht ja auch nicht also weil hierunter nicht hier sondern gameplay haben wir gerade aktiviert getriebe einfach automatik ok lenker automatisch regeln so brauchen wir nicht geschwindigkeitsbegrenzer ja regionalsprache ist okay passung standard einstellung fertig maus umkehren blockade anzeigen mit vorsicht deaktiviert das ist auch gut filmsequenzen zeitzonen genau alle infos genau regenwahrscheinlichkeit umleitung immer wählen schwierigkeitsgrad machen auf nebenstraßen wie gehabt navi anzeigen immer fixiert ist okay war anzeige für schwergut ja bitte mitteilung für autonomisch nehmen wir nicht verhandlung geschwindigkeitsüberschreitung mitteilung mitteilung ja kann man machen tempolimits okay bevorzug zur auftragslenke ist okay boost gelder müdlichkeits ok mitteilung Alles kein Plan von. Okay, wir lassen es. So. Jetzt solltet gehen. So. So. So, dann parken wir eben die Kiste da hin. Ja, gut. Dann würde ich sagen, müsste das jetzt hier auch sofort gewesen sein. Zack. Absatteln. Wir haben noch 105 Euro. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Okay, Ergebnisse jetzt anzeigen. Gut. Das haben wir. Damit würde ich dann sagen, machen wir hier unseren Schnitt. Sehen wir uns dann in der Woche, wenn alles klappt, wieder. Beim ETS-Gedöns. Ansonsten seht ihr ja momentan auch die ganzen Rosalein-Dinger. Die uns noch bis Weihnachten verfolgen werden. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Ansonsten, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wovon ich immer abraten würde. Ja, drückt einfach mal auf die Glocke, ne? Aber was dann genau passiert, werdet ihr wohl feststellen. Ja, damit sage ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein.